Kannst du dir vorstellen, du wärst ein Papagei? Gut. Das ist eine Schlange. Wer wohnt da drin? Der König des Dschungels. Oh, ein Löwe. Kaillou mochte den Löwen am liebsten. Er fand, dass er ein bisschen wie Gilbert aussah. Nur viel, viel größer. Ich glaube, jetzt wird es Zeit, dass all unsere Dschungeltiere hinaus zum Spielen gehen. Ja, wir sind dabei. Ja. Es sieht aus, als ob ihr noch etwas spielen könnt, bevor es wieder regnet. Da hatte Kaillou eine Idee. Komm, wir spielen Verstecken. Und zwar im Dschungel. Gut, ich verstecke mich und du musst mich suchen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Versteckt oder nicht, jetzt komme ich. Sch, sch. Kaillou stellte sich vor, er wäre ein richtiger Forscher. Du bist nicht Leo. Kaillou beschloss, jetzt wie ein Detektiv vorzugehen. Eine Spur. Leo, bist du da drin? Ups, ich wollte dich nicht stören, lieber Löwe. Aber du hast doch dein eigenes Fahrrad. Du kannst doch nicht mit Roses Dreirad fahren. Kaillou war sauer, dass seine Stützräder ihn bei der Fahrt bremsten. Papi, darf ich mal versuchen, ohne Stützräder zu fahren, so wie Sarah? Bist du dir auch sicher, du fährst schon so gut, dass du sie nicht mehr brauchst? Lass es mich versuchen, bitte! Ich bin auch eine Ewigkeit mit Stützrädern gefahren, Kaillou. Ich habe sie erst vor kurzem abgemacht. Aber Papi, ich bin doch jetzt schon ein großer Junge. Ich brauche keine Stützräder mehr. Na gut, dann versuchen wir es eben. Aber du musst mir versprechen, viel zu üben und geduldig zu sein. Auf zwei Rädern zu fahren, ist gar nicht so leicht. Können wir schnell heimfahren und sie sofort abmachen? Wieso nicht? Kaillou stellte sich vor, wie er ohne Stützräder Fahrrad fuhr und mit den Erwachsenen ein Rennen machte. Hey, Kaillou, wo fährst du denn hin? Du warst zu schnell und hast vergessen, abzubiegen. Wir müssen da entlang. Komm, Kaillou! Super, Kaillou! Du schaffst es! Ja! Papi, lass bloß nicht los! Machen wir eine kleine Pause und versuchen es später nochmal. Kaillou fragte sich, wie es wohl wäre, so winzig klein wie eine Ameise zu sein. Jippie! Hiya! Jihah! Hey, guten Tag. Carol, wie schön dich wiederzusehen. Und du bist sicher Kevin. Hallo Kevin, das ist Kaillou. Hallo, sollen wir in mein Zimmer gehen? Gern. Gehen wir in deinen Garten spielen? Tut mir leid, ich hab keinen Garten. Aber ich habe einen Park, in den ich jeden Tag gehe. Ich auch, mit Rutschen und einer Schaukel. Soll ich dir meinen Park mal zeigen? Ja, darf ich die Knöpfe im Aufzug drücken? Kaillou wusste nicht, was Kevin da machte. Er dachte, er würde ihm den Park zeigen. Kaillou traute seinen Augen nicht. So eine Aussicht hatte er noch nie gesehen. Toll! Alles sah so klein aus. Siehst du da unten? Das ist mein Park. Wir sind hoch oben im Himmel bei den Vögeln. Guck, ihr habt auch Ameisen in eurem Garten. Kaillou fand, dass die Leute dort unten wie kleine Ameisen aussahen. Genau wie in seinem Garten. Ich baue jetzt einen Wolkenkratzer, der hoch hinauf bis in die Wolken geht. Darf ich helfen? Ja. Ich weiß schon, wie wir das machen. Mir nach. Guck mal hier unten, Leo. Du nimmst den anderen. Er steckt fest. Ich helfe dir. Hey. Gilbert. Gilbert, das kitzelt. Ich hab ihn. Das Rettungsteam ist bereit für seinen Einsatz. Verstecken spielen. Rose spielt auf. Ah! Bumm! 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 Alles klar, jetzt können wir die Autos rausholen Okay, häng es dran Ich bin so weit Das Auto, das Opie mir geschenkt hat, fehlt noch Und das Rote und das mit dem schwarzen Streifen Versuchen wir es mit dem Kran Hier sind sie So, alle in Sicherheit Das hier hat mal Papi gehört Sie nehmen das Essen mit nach Hause und teilen es mit den anderen Ameisen Ameisen nach Hause Du hast recht, Mäuslein Miss Martin hat uns Geschichten über Ameisen vorgelesen Jede Ameise hat eine Aufgabe Einige graben Tunnel, andere passen auf die Babys auf Wow, guck mal Hier, noch ein Krabbeltier, Rosie Pelzi Das ist eine Raupe, Rosie Hier Raupe Pelzi Raupe Pelzi kitzelt Willst du wissen, was ich über Raupen gelernt habe? Irgendwann schlafen sie ein und wenn sie wieder aufwachen Sind sie in Schmetterlinge verwandelt Flatterling Du magst doch Schmetterlinge, nicht wahr, Rosie? Rosie mag Flatterling Caillou dachte darüber nach, wie es wohl wäre, so klein wie ein Käfer zu sein Das ist aber gemütlich Hallo, lieber Marienkäfer Hallo, Ameisen Darf ich ein Stück Apfel haben? Dankeschön Juhu Rosie, wo bist du? Rosie fliegt Wahnsinn Rosie auf Flatterling Flatterling Hier, Rosie Oh, Flatterling Bist du mit Essen fertig? Ja Gut, dann komm mal für eine Minute mit Und, wie findest du ihn? Das ist nur ein leerer Karton Naja, bis jetzt Aber ich denke, du könntest etwas anderes daraus machen Was denn? Einen Schlitten Einen? Einen Schlitten? Ja Wir haben früher solche Kartons immer als Schlitten genommen Ein paar davon waren sogar richtig schnell Hätten sie was dagegen, wenn ich ihn bunt anmale? Was für eine tolle Idee Ich wette, deine Freunde helfen dir gern Caillou verbrachte viel Zeit damit, seinen Karton anzumalen Er wollte, dass er ganz besonders schön aussah Möchtest du, dass er so aussieht wie ein Rennauto, Caillou? Nein, ich möchte, dass er aussieht wie die Rheinbots, die ich im Fernsehen gesehen hab Grün heißt los! So, fertig! Er sieht echt klasse aus Ja! Und auf der Farm, da gibt es Kühe Ia-ia-ia-io Die machen Mu-Mu hier und Mu-Mu da Hier, Mu, da, Mu überall Ist plötzlich eine Kuh hier drin? Mu! Und auf der Farm, da gibt es Kühe Ich weiß wieder nicht mehr, was als nächstes kommt Caillou hatte eine Idee, wie es ihm leichter fallen würde, das Lied zu singen Ich weiß, was wir machen können Wir wechseln uns ab beim Singen Du singst die Stellen, die du weißt Und ich singe die Stellen, die ich weiß Das ist eine tolle Idee, Caillou Das ist wunderschön, Emma Oh, McDonald hat eine Farm Ia, 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 io Und auf der Farm, da gibt es Kühe Ia, 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 io Die machen Mu, Mu hier und Mu, Mu da Hier Mu, da Mu, überall Mu, Mu Oh, McDonald hat eine Farm Ia, 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 io Weil die Burg fertig war, wollte Caillou jetzt auch wie ein richtiger Prinz aussehen Ich will mir jetzt Kleider für einen Prinzen suchen Ja gut, also Rosie, sollen wir für dich auch Sachen suchen, damit du wie eine Prinzessin aussiehst? Ich bin Prinz Caillou und das ist meine Burg Caillou fühlte sich wie ein richtiger Prinz Rosie, hübsche Prinzessin Jetzt waren sie fertig, um mit der Burg zu spielen Dem Drachen wird es nicht gelingen, in unsere Burg einzudringen, Prinzessin Rosie Tja, wo mag denn nur der Drache sein? Oh, Caillou, Drache da unten Er schläft direkt vor dem Burgtor Wir können nicht hinaus Gefährlicher Drache, schläft Ich weiß, was ich mache Entschuldige bitte, du blockierst das Burgtor Wiedersehen Wiedersehen Auf Wiedersehen Guck mal, der Drache ist aufgewacht Komm, Gilbert, versuch in die Burg reinzukommen Der Käfer da läuft auf der Wasseroberfläche Egal wo Caillou hinsah, überall entdeckte er neue, interessante Sachen Was sind das für Tiere? Das da sind Kaulquappen Eines Tages werden aus ihnen Frösche Wirklich? Sehen wir sie uns mal genauer an Das sind ein großer Bruder und seine kleine Schwester Und das da ist der Papa Frosch Okay, Papa Frosch Hier hast du deine Babys wieder Das hier ist ein schönes Plätzchen zum Mittagessen Vorsicht, Caillou Ich schaff das schon Caillou war stolz, dass er es ganz allein auf die andere Seite geschafft hatte Mit dem Fernglas hier kannst du noch besser Tiere entdecken Toll, wie weit man damit sehen kann Caillou stellte sich vor, er wäre ein Forscher in einem riesigen Sumpf Oh, ein Babyalligator Oh, und noch eine Alligatormami Toll Caillou war froh, dass er das Fernglas hatte So konnte er die Alligatoren von Weitem beobachten Ohne ihnen zu nahe zu kommen Mami Caillou gefunden Ja, genau wie die Wissenschaftler, die Dinosaurier Ja, ich bin ein Dinosaurier Wow Hi, Elefant Das ist ein wuschliges Mammut Das muss mal zum Friseur Ist es wirklich ein Elefant? Es ist der Ur-Ur-Ur-Großvater aller Elefanten Ui, toll Hat es euch Spaß gemacht? Ja Und jetzt weißt du auch, wie Rexis Familie aussieht Oh, Rexi! Mami, Rexi ist weg! Ich hab ihn irgendwo liegen gelassen Keine Sorge, wir finden ihn schon Zuallererst fragen wir im Fundbüro nach Dort bringen Leute Sachen hin, die sie finden Wenn jemand Rexi gefunden hat, hat er ihn vielleicht hier abgegeben Im Fundbüro erklärte Caillou der netten Dame, dass er Rexi suchte Aber hier war er leider nicht Papi und Caillou suchten überall nach Rexi Wir können immer wieder im Fundbüro nachfragen Papi, da! Die Museumswärterin da hinten hat Rexi gefunden Hallo, da bist du ja wieder Hast du diesmal etwas verloren? Ja, vielen Dank Bin ich froh, dass wir dich gefunden haben Hier, Mami, wir haben ihn gefunden Großartig! War es schwer, ihn zu finden? Nein, weil er genau dort gewartet hat, wo er war Genau wie er sollte Ich finde, Rexi ist ein ziemlich kluger Dinosaur